Welt 6 von New Super Mario Bros. Wii. Beginnt mit 6.1, ist ja klar. Und bei diesem Level gibt es komische Spikes, okay. Okay. Schaffen wir es bis zu diesem Castle in der Welt wieder? Weil ab jetzt wird es auch schon blind. Leicht blind. Weil bei diesem Level habe ich noch nicht so oft gespielt. Deswegen ist das doch eigentlich cool, dass es blind ist. Und dass es betruglich ist. Das ist auch so. Aber wenn es hier einen Norman Piss gibt, dann alles okay. Aber dieses Level habe ich noch mal gespielt, verletzt. Ja, mal schauen, ob es blind ist. Ich weiß nicht. So, aber jetzt halt hier langsam mal, dass es da reinkommt. Sonst mache ich hier, sonst mache ich mich hier echt so. Ja. Betrug, das war Betrug. Eigentlich bin ich auf ihn drauf gesprungen, aber nee, dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber ich will auch hier mal ein richtiges Item hier und keinen Pilz. Und den dann wieder durch Betrug verlieren. Ich will nämlich eine Eisblume. Aber ich hasse solche Teile. Da kriege ich doch immer. Das weiß ich schon. Das war in Welt 4 nicht anders. Aber diese drängigen Cooper. Die Nerven. Die Nerven. So, jetzt passt es. Jetzt passt es. Und warum nicht gleich so, wie ich es jetzt mache? Oh, shit! Das war mir. Snege. Tschüss. Glück, 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 gut. So. Jetzt, 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 hoch, hoch. Scheiße, ich bin klein bei sowas. Scheiße. Gib mir doch einen Pils. okay oh scheiße nein ich war doch der ist außerhalb ich wusste dass er noch mal abprallt natürlich kein checkpoint wozu auch sind wir mal ein propeller hier dieses level ist auch nicht so schwer aber ich fälle immer an so was ich bin da einfach nicht bereit dazu kann so was einfach so dass wir durch nein es ist also geht doch jetzt will ich mal langsam mal hier ein checkpoint weil das braucht jetzt echt lange da fliege ich auch nur hoch so warten und ich bin beim checkpoint gestorben natürlich so jetzt haben wir mit dem propeller ist das ganze hier ziemlich einfach nein ich will nicht verlieren ich brauchte nur halt das röhrer da ist eine röhrer sein zweites sachen ja aber das da können wir da auch ein bisschen eigentlich ganz okay gewesen scheiße runter da ist doch was ja es wäre ziemlich geil wenn ich für die dritte starkein scheiße war für die dritte starkein der propeller behalten könnte weil dies ziemlich asozial und das war hier gerade glück nein 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 hoch so alter geht's auch noch mehr lebt schlösser ja genau wenn ich jetzt dann stern bekommen kommt einfach das einzige was ich überhaupt nicht benutzen kann betrug nein nicht da ich brauchte den kugel will ich brauchte den kugel will die scheiße ich bin bei sowas immer schlecht ich bin bei sowas immer schlecht so wo ist das zweite level da ist das dritte level also gehen wir jetzt hier in die löhle level 6 2 was haben die hier scheiße ist da eine starkein ich wette da war eine starkein okay da gibt es wieder solche das von der starkein ich brauche dich dazu komm mal her komm her komm her braver Stachie jetzt hat der Maul hat der Maul äh betrug ja jetzt ja wer hat nichts verpasst gut Checkpoint Checkpoint jetzt schon wir haben gerade erst angefangen lol ja nice ähm die heißtung immer noch bisschen gefährlich ist das ganze hier schon ja betrug betrug was war das nee ich kann nicht auf den Spinn betrug ich liebe die Federmaus ausnahmsweise geil die dritte Sache weiß ich sogar wo es ist weil ich vorher den Part von Powerplace geschaut hab ich hätte es ohne den niemals hinbekommen was für Stirn da ist aber betrug da kommt doch eine Röhre irgendwann dank Powerplace weiß ich das man kann drauf kommen wenn man die Münzen die ganze Zeit einsammelt aber nee es dauert auch ein bisschen jetzt da ist sie und da ist auch die dritte Starcoin drin wenn wir das Level jetzt noch ganz schnell abschließen dann haben wir 10 Minuten pro Level gebraucht und das ist nicht schlimm nicht schlimm oder ist es gut kommen Münzen noch mitnehmen und dann war es das mit diesem Level war jetzt auch nicht schwer das war das was Geld das war Betrug Scheiße Betrug Betrug ne 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 raus hier auf große Big haben wir Brüder hab jetzt keinen Bock drauf du hältst du hältst dein Maul und hier ist das Ziel okay gut so jetzt kommt Welt 6 3 das hat bestimmt was mit Röhren zu tun wenn das schon auf so eine Röhre platziert ist ja man muss ein Untergrund oder? ah ja ja genau das an das kann ich noch erinnern wenn ich nicht blöd bin gibt sie uns die Codex Betrug ne ciao ich hätte mich mehr verwischt ja gut eigentlich schon jetzt gehe ich kein Risiko in dieser Vierabend damit ich hier diese Fall von mir komme höpfen chillen dann rutschen und Starcoin holen so Nummer 1 da gibt es diese Käfer die man nicht mit einer Feuerbuche besiegen kann und die meine Feuerbuche auch schon wieder weggenommen haben Betrug unten durch ja ist mir egal eigentlich ist mir nicht egal wenn da kein Pilz drin ist dann gehe ich nach Hause die Per gut ok 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 oh ne jetzt kommen die von unten wir müssen jetzt gleich alle da einsperren nice checkpoint betrug als ob die so schnell sind so dann warten wir am besten so ja da power geht so ein Teil da erstmal rein und dann müssen wir hier diese Piranha noch ja das war Betrug die hat ich bin auf die draufgesprungen nö ist doch gar nichts mehr ist doch gar nichts mehr hä ja dann war es halt ein Tod egal nicht ausflippen einmal darf ich hier sterben weil irgendwie ist das Betrug die ist aber viel zu schnell jetzt aber hä ist das jetzt alter ist das ein scheiß ist das ein scheiß ist das ein scheiß und da ist nämlich die dritte starke oben als ob da ein item ist okay das wollen wir uns noch das holen auch eine feuerbombe hier ziemlich nice wäre oh gott ich werde gar nicht getroffen runter oder verwechselt gerade was im ds teil da gab es nämlich auch so ne da verwechsel ich was mit dem ds teil ich kenne nämlich auch so ein ähnliches level da gibt es ein secret exit lol dann habe ich da wohl was verwechselt egal wir sind am ziel nach fünf minuten eigentlich ist gut wenn wir fünf minuten pro level brauchen wir schaffen immer viel aber in dieser welt ist wohl das fünfte level ist das castle okay ja aber ein level schafft man auch easy und zwar welt 6 4 die level pro part ist bestimmt nicht eigentlich ganz okay auch noch ist okay monties und sträucher und ja es gibt mir ja schon ja schon so schon gerade echt leid ihr monties verpasst euch jetzt erst mal das war knapp die bäre nehme ich mal bitte mit weil josh die hat auch hunger der muss ja auch was fressen und hier ist noch ein propeller scheiß verschwendung pure verschwendung wo ist die erste koin alter er mir gab diesen jahr an mir ganz dicht p-switch gar Alter, läuft! Aber ich hab hier noch keine Stalk rein. Betrug! Scheiße, nein! Okay. Das war knapp. Das ist so knapp, was hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist die zweite Star-Con, hundertprozentig. Ja. Da muss ich wohl wieder zurücklaufen. Und nochmal schauen. Da ist doch irgendwo was. Betrug. Scheiße. Da ist was. Ah, da oben! Das hab ich wohl nicht mehr gesehen. Okay, die Star-Con war fies versteckt. Und wir haben nur noch 200 Sekunden und brauchen schon wieder ewig für dieses Level. Achso, können wir jetzt da durchrennen. Nein, da werde ich auch mit... Jetzt verliere ich ihn. Ja, okay, 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 okay. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wenn da das Ziel ist, ist alles gut. Jawoll! So muss das sein! Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's zum Castle und weiter in L6. Danke, Mr. Susan, herzliche Ehre. Lass einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Bitte abonnieren, wenn ihr neu seid. Und dann tschüss zum nächsten Mal. Alright, und tschüss!